Ich darf mich aus diesem Raum hier nicht hinaus bewegen. Ich könnte natürlich auch einen schönen Tanz hier machen. Vielleicht falle ich dann nicht so auf. Hey Leute, was geht? Kann ich mal viel mehr abzugeben? So, Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video und willkommen zu einer neuen Murder-Mystery-Runde hier bei Roblox. Und heute, im heutigen Video, werde ich mich nur vor den Mörder verstecken. Ja, das heißt, ich werde heute nicht der Mörder sein, sondern ich werde mich nur verstecken. Wirklich den ganzen Tag lang. Oh, ich bin Sheriff, aber es tut mir leid. Meine Challenge sagt heute, ich muss mich verstecken. Es tut mir wirklich leid. Aber ich werde mich jetzt heute hier verstecken. Und das immer nur an einem Ort. Das heißt, ich darf mich nicht woanders hinbewegen, sondern ich muss mich wirklich verstecken. Ich bleibe immer an diesem einen Ort. Und das einen Tag lang. Und auch wenn ich der Sheriff bin, dann kann ich leider nichts machen. Okay, ich glaube, hier kann ich jetzt nicht den anderen beobachten. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich muss mich einfach nur verstecken. Ich finde, ich habe hier wirklich einen sehr, sehr guten Platz erwischt. Okay, meine Haare fallen natürlich sehr, sehr auf. Oder wollen wir es irgendwie... Warte, warte. Wir sagen, ein Raum. Okay, das heißt, ich darf mich nur in diesem Raum hier verstecken. Wenn ich meinen Raum ausgewählt habe, darf ich diesen Raum zumindest nicht verlassen. Weil sonst bleibe ich ja die ganze Zeit stehen und es passiert absolut gar nichts. Aber ich glaube, tatsächlich, hier erkennt mich keiner, Leute. Guckt euch das mal an. Also hier sieht man kaum meine Haare. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also dieses Versteck wird ohne Probleme, glaube ich, klappen. Wir können auch ein bisschen vorspulen, weil sonst dauert das definitiv zu lange. Ja, auch wenn ich weiterrede. Es geht jetzt mal ein bisschen schneller voran. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Nein! Er hat mich erwischt. Er hat mich tatsächlich erwischt. Ich dachte eigentlich, dass ich mich da ziemlich gut versteckt habe. Aber gut, wir schauen mal, was so in der nächsten Runde passiert. Ich würde sagen, wir starten auch direkt in die nächste Runde. Okay! Diesmal bin ich unschuldig und ich suche mir meinen Raum in diesen Büroräumen, um mich zu verstecken. Ich darf nicht abhauen. Ich darf mich nur verstecken. Das ist halt die Challenge. Okay, wartet. Ich würde sagen, hier sieht es bisher nicht ziemlich gut aus. Ich würde sagen, wir verstecken uns in diesem Raum. Ja! Wir verstecken uns hier. Das heißt, ich darf mich aus diesem Raum hier nicht hinaus bewegen. Ich könnte natürlich auch einen schönen Tanz hier machen. Vielleicht falle ich dann nicht so auf. Ich bin gar nicht da. Also, wenn ich eine Runde in dieser Challenge hier heute überlebe, dann ist es gut. Oh, da hatte ich schon jemanden erwischt. Vielleicht bleibe ich hier hinter. Ja, aber vorbei. Komm bitte nicht hierhin. Ich weiß, dass du es bist. Ich weiß, dass du es bist. Am besten gar nicht in meine Nähe kommen. Bleib einfach im Flur. Komm gar nicht mehr in diesen Raum. Wir haben gewonnen. Es hat geklappt. Also, im Büro klappt es. In dieser Runde hat es ziemlich gut geklappt. Ich habe mich nur in einem Raum versteckt. Und ich habe es geschafft. Natürlich war es das noch nicht heute. Ich muss das noch ein paar Mal bestätigen. Leute, wenn euch das heutige Video jetzt schon gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Oder ihr wartet noch bis zum Ende des Videos. Sollen wir öfters so welche Challenges machen? Ja, also, ich habe ja letztens bei Fashion Famous auch was gemacht, mit dem Los entscheidet. Hier zum Beispiel jetzt nur in einem Raum bleiben. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch weitere Ideen. Ich hätte dann auch ein paar. Aber ihr müsst natürlich schreiben, ob ihr das sehen möchtet. So, nächste Runde. Okay, wo sind wir denn diesmal? Ist das eine Schule? Oder was war das hier nochmal? Ist, glaube ich, eine Bibliothek? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, wir müssen uns den Raum jetzt hier suchen. Ist hier irgendwie sinnvoll? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hier ist es ziemlich sinnvoll. Hier kann man mich nicht direkt sehen. Ich kann mich selber gar nicht sehen. Also ist das hier voll der Überraschungsmoment, wenn ich erwischt werde. Aber ich glaube, hier werde ich mich verstecken. So, und ob du mich findest oder nicht, werden wir am Ende der Runde sehen. Und jetzt geht es mal wieder ein bisschen schneller voran. Ja, ich habe es schon wieder geschafft. Er hat mich nicht gefunden oder sie. Ich glaube tatsächlich, man sollte wirklich ein gutes Versteck finden und da den ganzen Tag einfach bleiben. Dann passiert einem wirklich gar nichts. Sehr gut. Sehr, sehr gut. A hero has saved the day. Ja, vielleicht war ich der Held, weil ich mich versteckt habe. Ab zur nächsten Map. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Okay, ich glaube, wir sind in einer Fabrik. Das könnte auch Facebook sein. Das könnte auch so ein Facebook-Büro sein. Ich glaube schon. Okay, okay, okay. Wo verstecke ich mich? Hier hinten scheint ein gutes Versteck zu sein. Ja, aber es ist ja doch... Nee, ich bleibe hier. Ja, ich bleibe hier. In meinem Büro. Ja, ich bleibe hier. Okay. Du hast mich nicht gesehen. Hallo. Hier, woanders hin? Das ist mein Versteck. Ich könnte natürlich... Ja, natürlich. Oh, das ist ja super. Hier oben. Da kannst du nicht durch. Ich bleibe hier oben. Das ist ein super Versteck. Hm. Ich glaube, hier wird mich keiner finden. Guck mal, hier kann ich sogar einen kurzen Tanz machen. Ja, hier wird mich keiner finden. Keiner. Auch wenn ich so eine Art Schlangenmensch hier oben bin. Keine Ahnung, warum der sich jetzt so bewegt. Habe ich noch nie gesehen. Hallo. Ach ja. Ich glaube tatsächlich, bei Murder Mystery habe ich eine neue Taktik gefunden. Das wollte ich eben nicht sagen. Ich sage es jetzt. Wenn man sich versteckt, dann hat man viel bessere Chancen, habe ich das Gefühl, als wenn man die ganze Zeit rumläuft. Na, guckt euch das mal an. Das ist schon jetzt von, ich glaube, drei, meine zweite Runde war es eben, wo ich überlebt habe. Und jetzt sind wir in der vierten Runde. Vielleicht wird das drei aus vier. Und das ist eine ziemlich gute Quote, muss ich sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich so oft überlebe, hätte ich niemals gedacht, okay, hier ist jemand, okay. Äh, ich glaube, ja. Wer bist du? Du bist aber nicht, oder? Freund oder Feind? Hm. Ich schreibe mal. Friend? Ich glaube schon. Hätte mir was geschickt, aber ich kann es jetzt nicht annehmen. Okay, er dachte vielleicht Friend im Sinne von Freundesanfrage. Nein, das war nicht damit gemeint, sondern eher hier im Spiel. Ich glaube, er wird mir nichts tun. Ich glaube, wir haben es geschafft! Yes! Ich sage doch, das ist jetzt drei aus vier schon. Das Verstecken hier bei Murder Mystery macht viel mehr Sinn. Das sage ich euch jetzt schon. Falls ihr jetzt eine Runde Murder Mystery spielen wollt, einfach nur verstecken. Glaubt es mir. Einfach nur verstecken. Wir prüfen das jetzt in der nächsten Runde. Also so oft habe ich bisher, glaube ich, noch nie überlebt tatsächlich. Okay, waren wir heute hier schon? Ich glaube nicht. Soll ich mich im Badezimmer verstecken? Nein. Also in diesem Raum werde ich nicht bleiben. Ich werde mir einen anderen Raum suchen. Vielleicht hier unten wieder? Ja, ich glaube hier unten. Ja, wobei, das ist ja gar nicht unten. Ich bleibe hier unten. Ich bleibe hier unten. Ich darf mich... Nein! Guck, guck, ich habe mich nicht gut versteckt und schon wurde ich erwischt. Ich wusste es doch. Ich wusste es. Okay, wäre ich vorher da unten geblieben, dann hätte er mich auch erwischt. Aber trotzdem, ich wusste es. Das sind jetzt drei aus fünf. Ich habe drei Runden von fünf überlebt, glaube ich. Wir werden insgesamt sieben Runden machen. Noch zwei Runden machen wir. So, okay. Wir warten gar nicht, sondern es geht weiter. Okay. Wir sind diesmal wieder in einem Bürogebäude. Wo verstecke ich mich denn jetzt? Ich sollte mich beeilen. Nein, 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 nein. Hier macht es keinen Sinn. Hallo, wo ist denn hier mal ein Raum? Ich bleibe hier in der Ecke, aber ich habe das Gefühl, ich werde erwischt. Ich habe das Gefühl, hier habe ich kein gutes Versteck erwischt. Ich glaube, hier wird es nicht klappen. Ich werde jetzt hier in dieser Ecke bleiben, aber ich habe das Gefühl, bin ich hier in den Kühlschrank? Nein! Ich würde so gerne in den Kühlschrank gehen. Also ich habe jetzt gesagt, ich bleibe in der Küche. Und das tue ich auch. Meinem liebsten Ort, wenn es um Arbeit geht, ab in die Küche. Direkt was essen und was trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Hat er mich erwischt? Oh! Oder sie? Er! Sie! Warum ist sie so gut? Okay, sie hat, glaube ich, auch einige Sachen noch gekauft. Das ist jetzt nicht cheaten oder so. Aber wirklich nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir gehen rüber zur letzten Runde. Bisher drei von sechs. Vielleicht schaffe ich vier von sieben. Okay? Mal gucken mal. Jetzt wird es spannend. Ich glaube, wir sind wieder im gleichen Gebäude. Vielleicht bleibe ich diesmal hier. Ja, hier kannst du nicht durch. Ich bleibe hier. Das ist zwar kein wirklicher Raum. Ja, doch schon. Ich bleibe in diesem Raum hier. Na, auf diesem grünen Teppich. Mal gucken, ob ich so überleben kann. Bei Murder Mystery. Okay, das war eine sehr, sehr kurze Runde. Aber ich habe überlegt. Das ist jetzt vier von sieben. Aber mal gucken, ob wir fünf aus acht schaffen. Oder fünf von acht. Also fünf Runden von acht überleben. Ja, das ging ziemlich schnell. Der hat sich nicht gut angestellt. Dann schauen wir mal. In der letzten Runde für heute. Okay, wir sind wieder in der sogenannten Roblox Luxusvilla. Ich glaube, die Garage ist ein guter Ort. Ich werde mal in der Garage bleiben heute. Ja, ich werde in der Garage bleiben. Vielleicht werde ich da überleben. Außer Können wir natürlich warten. Kommen wir irgendwie dahinter? Ey! Er war's. Er war's. Er war's. Okay. Er war's. Leute, wir haben hier von acht Murder Mystery Runden. Da haben wir viel überlebt, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, okay. Das 24 Stunden Verstecken hier. Ich glaube, bei Murder Mystery dachte ich, es wäre eine gute Idee, sich irgendwo zu verstecken. Aber es kommt immer auf die Map an. Sonst würde ich euch empfehlen, immer wieder rumzulaufen. Aber bei den Maps, wo wir uns versteckt haben, war das gar nicht so schlecht. Besonders in diesem Heizungsraum. Leute, wenn euch die heutige Roblox Challenge gefallen hat, hier bei Murder Mystery, gerne einen Daumen noch rum, wenn es euch gefällt. Daumen noch unten überhaupt kein Problem. Gerne abonnieren, kommentieren, Blog aktivieren. Alles kostenlos für uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Leute, macht's gut. Ciao. Ciao.